Ja, dass man hier wirklich Begegnungen mit Menschen haben kann, weil man einfach durch diese Kleinteiligkeit, kleine Ortschaften, kleine Dörfer und viele Begegnungsstätten, die es überall gibt in den Kommunen, da kommt man einfach mit den Leuten zusammen, kann mit denen reden, einfach zwanglos, was man in großen Städten wie da in München und Dessert, wo ich vorher gelebt habe, da gab es das einfach nicht. Und das ist das, was ich einfach in dem Landkreis liebe, dass man mit den Menschen zusammenkommen kann.